Der Watzmann thront über Berchtesgaden. Eine tolle Holzschnittfigur. Kinney. Links der Bahnhof von Berchtesgaden. Die Wartehalle vom Bahnhof Berchtesgaden mit seinen schönen Malereien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Holzschnitzerei Huber in Berchtesgaden. Mit einer sehr, sehr großen Auswahl und tollen Figuren. Die Holzschnitzerei Huber in Berchtesgaden. genannt Kini Elisabeth, Kaiserin von Österreich genannt Sissi Franz Josef I. Kaiser von Österreich von links Ludwig II. König von Bayern Kini Kaiserin Elisabeth von Österreich genannt Sissi Franz Josef I. Kaiser von Österreich